Immer wieder werde ich gefragt, ob man den XC Tracer mit FLA auch mit der Burnout Map verbinden kann. Natürlich kann man das und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie. Vor uns befindet sich der XC Tracer Max. Ins Menü komme ich mit einem Doppel-Langklick. Dann bin ich im Menü. Gehe dann runter auf Device Info, komme mit einem langen Klick da rein und sehe dann hier oben die FLARM Radio ID 20083. Diese Information reicht eigentlich schon, um das auf der Burnout Map einzugeben. Ich kann nun lange auf Exit drücken und bin wieder im normalen Zustand. Auf der Burnout Map kann ich, nachdem ich mich registriert und angemeldet habe, auf das Hamburger Menü, mit den drei Strichen klicken, und dann auf Meine Instrumente. In den meisten Fällen ist das leer, ich habe nun schon einige drin. Ich gehe nach ganz unten, Instrument hinzufügen, Farnet Adresse und trage hier ein 20083 und drücke auf Hinzufügen. Dann kommt es ein Häkchen und dann sehen wir da irgendwo den XC Tracer Max. Jetzt, das Instrument an sich ist unbekannt, das ist aber nicht weiter schlimm. Das liegt daran, dass es kein Farnet besitzt und somit nicht übermittelt, was es für ein Gerät ist. Nun kannst du deine Bezeichnung eingeben. Hier normalerweise gebe ich das Gerät ein, was es ist, zum Beispiel XC Tracer Max, und dann den öffentlichen Namen. Und da ist es ganz wichtig, dass du einen sinnvollen Namen wählst, dass deine Angehörigen oder auch Suchtrupps wissen, nach wem sie suchen. Und jetzt in meinem Fall nenne ich das Burnair, das macht Sinn. In den meisten Fällen wäre aber Bernie oder Bernieherz besser. Dann kann ich das eingeben und ab diesem Zeitpunkt, wenn ich das eingegeben habe, werde ich auch mit dem XC Tracer als richtiger Name geführt. Und zwar hier auf dem Live-Tracking werde ich hier mit dem entsprechenden Namen angezeigt, wenn ich dann entsprechend mehr reinzoome. So einfach ist das. So funktioniert das auch mit dem XC Tracer Max. Wichtig zu sagen ist, dass dieser XC Tracer Max nicht mit meinen Bodenstationen, also den SkyNet Bodenstationen, empfangen wird, sondern ausschliesslich über die OGN Bodenstation. Bedeutet, wenn es eben keine OGN-Station in der Region hat, dann wird auch nichts übermittelt und somit erscheint man nicht. Aber die Abdeckung des OGN ist sehr gut und damit solltest du immer mal wieder sicher auf dieser Karte erscheinen. Es gibt natürlich auch Orte, die sind sehr, sehr gut abgedeckt. Das heisst, dort wirst du den gesamten Flug mit sehr hoher Auflösung finden. Nun, sobald das hinzugefügt ist, kann man hier eins zurückgehen und unter Meine Flüge. Und da werden schon einige Flüge drin sein. Und da kannst du dann auf zum Beispiel den hier klicken und siehst dann direkt, okay, da war ich am 19. August, war ich hier persönlich am hohen Kasten, am Sohren, ein bisschen rumgeflogen. Und das alles aufgezeichnet eben über das OGN und dann in die Burner-Map und nun hier in meinem Flugbuch. Das Live-Tracking von Burner findest du jederzeit auf live.burner.cloud, also eben dieser Burner-Map. Hast du Feedback zu diesem Video oder Feedback zu den Funktionen, dann jederzeit auf feedback.burner.ch Es gibt aber auch viele weiterführende Videos hier auf diesem YouTube-Kanal. Einerseits zum Beispiel zum OGN Live-Tracking, also genau zu diesem Thema. Andererseits aber auch zu dem High-and-Fly-Thema. Und da eignet sich ja der Exit Tracer Max oder ähnliche kleine Geräte sehr, sehr gut. Wo findet ihr das? Auf dem YouTube-Kanal www.youtube.com slash c slash Burner und natürlich auf der Burner-Map unter www.burner.cloud Und nun viel Spass beim Fliegen. Und nun viel Spass beim Fliegen. Vielen Dank.